Genau die Scheiße wie beim letzten Mal. Backflip ist glaube ich safe. Ich gehe jetzt hoch und mache direkt nochmal einen. Und wenn der sitzt, dann gehen wir diese Scheiß-Line an. Wäre das krank, wenn das klappt? Drück mir die Daumen oder was? Moin Orbert, neuer Tag, neuer Glück, neuer Video, neuer Glück. Im letzten Video nur den Backflip geschafft auf Skieren. Diesmal will ich mich nochmal in die Leinwagen, die Philipp letztes Mal vorgegeben hat. Das war Backflip, für Sixty, Backflip. Deswegen fahren wir heute wieder nach Mühlbach und probieren heute aufs Neues mein Glück. Dementsprechend rein in die Karre und ab nach Mühlbach. So, ihr seht das, wir stehen oben auf dem Berg hier oben drauf, in die Bretter reingeschnallt. Das heißt, wir fahren uns jetzt ein bisschen warm, dann gehen wir in den Park, machen uns da auch nochmal warm und dann heißt das rein in die Lein und schön abhaken, das Moped. Backflip für Sixty, Backflip. demoern durch die Neues der Reaktion wurde um die Leinwagen gestern. Wo! Ja! 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 Na ja! Blau. Ja! Ja! Musik Alter Lachs, geil Ja, der war weird Alter, was ist denn jetzt los, Kersäle? Ski abgefallen, obwohl ich normal gelandet bin Das ist aber auch Quatsch, oder was? Alles blinkt, jetzt fahr ich dem Philipp mal hinterher Guck mal, wie es sich so ausgeht dann auch Immer für Sixty, wechsel für Sixty Ja Hat glaube ich schon halbwegs gut funktioniert, die zwei Tricks Ja, so lässt sich das ganz gut aufwärmen Also ziemlich nice Das waren mal die Top-Section jetzt vom Park Und jetzt geht es weiter eben in den mittleren Teil Und da sind jetzt eher nur noch Rails Das sind generell ziemlich harte Rails da in dem Park Und ja, ich würde sagen, Warm-Up-Runde geht weiter Wir schauen es uns an Und dann schauen wir mal, was für Missionen wir uns heute ausdenken Für Nighting Dog Let's go Ey, die Warm-Up-Runden, die waren sowas von geil Die haben unfassbar gut geklappt Tatsächlich irgendwie noch besser als das Wetter hier Also das macht mich glücklich Deswegen stürzen wir uns jetzt rein in die Mission Und fahren mal ein bisschen mit dem Rizzo Beziehungsweise der Rizzo fährt nebenbei mit dabei Und jetzt gibt es den ersten Backflip des Tages Und danach haben wir ein paar Rails von außen gefilmt Das sieht auch mal interessant aus Ich bin nämlich selber verdutzt, dass ich das so geil hingekriegt habe Gerade beim Warm-Up Genau die Scheiße wie beim letzten Mal Und auf diesem harten Schnee scheppert da doch einfach rein Ich sag's euch, wie das maßlos überdreht schon wieder Und tatsächlich auch gut auf meine Hüfte und meine Hand gefallen Aber direkt nochmal rein Ja, second try rein Ich wusste was, ich machen musste, ist geil Aber oben, ich hatte Eis unterm Schuh Hab mir mit meinem Stock um meinen Stuh geklopft Hab jetzt einfach so ein Wackelpudding in den Händen drin Das passiert nur an Deutschen, gell? Das passiert sonst nicht Naja, ein Wunder, dass so Landkühe überhaupt sprechen können Ja, ich bin hype Backflip ist glaube ich safe Ich geh jetzt hoch und mach direkt nochmal ein Und wenn der sitzt, dann gehen wir diese scheiß Line an So, zweiter Backflip gleich Wir fahren einmal kurz runter, nehmen die Rails und alles, was kommt mit Und dann geht es wieder in das eigentliche rein Das ist doch frei, ne? Das ist doch innych, wir sind einfach glücklich raus Was ist denn immer noch alles? Bis zum nächsten Mal Wie geht es? Bis zum nächsten Mal Alter, geil, Mann! Geil, Geiler. Junge! Weißt du? Perfekt geklappt. Ja. Alter Bär hat die Rail-Line und hat ganz so mit Philipp gerade gut geklappt. Das heißt, ich probiere jetzt die Line. Das heißt, wenn der Backflip am ersten klappt, dann gehe ich direkt in den 360. Und wenn der auch noch klappt, was schon absolut ein Ähnliches wäre, dann ist am dritten auch Backflip auf gut Glück angesagt. Wäre das krank, wenn das klappt. Wir schauen jetzt einfach mal. Drück mir die Daumen oder was? Ja! 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 Let's go, first try, oder? Boah, ja sicher! Letzter war richtig geil. Alter! Boah, ich war so überrascht, als der Letzte auf einmal auf dem Bein war. Ich dachte in der Luft ein bisschen zu viel. Oh, ja sicher! Danke, Mann! Boah, da bin ich aber mal halb! Der Hund hat seine Mission, das Tag ist mal so was von erfüllt. Bistet etwas! Oh, geil, geil, geil! Philipp hat sich natürlich auch eine Line vorgenommen, die wir jetzt mal schön abhacken gehen. Hat den ganzen Tag schon geil trainiert. Was hast du vorher dann auch? Switch 360, dann Flatspin, dann Frontflip. Das wäre der Plan. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist schon dann nochmal eine Nummer wilder auf jeden Fall. Das kriege ich jetzt heute nicht nur für die nächsten Tage, aber vielleicht am Ende vom Trip. Mal gucken. Eine geile Inspiration. Wenn er das jetzt erstmal schafft, dann auch. Okay, ähm... Ein Versuch noch Switch 360. Für mich ist das echt stressig. Aber ich würde gerne die Line fertig machen mit Flatspin und Frontflip dann. Von dem her probieren wir das jetzt einfach und hoffen, dass das geil funktioniert. Ja, sicher funktioniert das geil! Ok. Oh, mein Gott. Ah, was ist denn drauf? Ah ... Ah ... Was ist denn drauf? Oh, nee, was ist denn drauf? Sauber ... Oh, ich hoffe ich hab's drauf, Mann. Ich bin viel zu weit geflogen und muss so übelst rudern. Schauen wir gleich mal. Der Frontflip war insane, Alter. Aber den kann ich schon nochmal machen, siehst du. Alter, geht der Frontflip gut. Junge. Alter, Lachs, das Ding ist einfach nur geil. Genau so eine Line habe ich eigentlich als nächstes Bock. Dafür muss ich aber noch ganz schön tief ins Training reingehen. Aber ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass ich das hinkriege. Und was ich auch vielleicht mal hinkriegen sollte, wäre das, den Frontflip gescheit zu filmen. Also das geht ja mal gar nicht. Ich bin selber zu weit gesprungen. Deswegen musste ich so rudern mit den Händen und mit dem Kamerastab. Und deswegen ist er dann leider im Endgang so unfassbar verwackelt worden. Meine Damen und Herren, ihr wisst ja, dass wir nicht nur zu zweit hier sind. Also nicht nur Philipp und ich, sondern der Rizzo ist auch dabei und macht Progress. Vorher noch nie im Park gewesen. Ja, sicher. Ja, sicher nicht, oder? Ja, doch. Ja, nicht. Noch nie, ne? Ja, nicht. Ne, Rizzo war noch nie im Park und hat Progress gemacht und den zeigen wir euch jetzt. Bin ich mächtig stolz oder was? Also alle anderen Male davor waren deutlich nicer. Ja, ja. Die hat mir auch vor dem Skiurlaub gesagt, dass sie nicht Skifahren kann und fährt halt perfekte Schwünge. Also da müsst ihr mit umgehen können, dass Rizzo sowas zu euch sagt und euch anlügt. Geile Runde. Philipp, Rizzo und ich vielleicht auch ein bisschen geil. Unfassbar geiler Tag hier wieder am Mühlbach-Wandpark mit diesem geilen Trio. Macht übelst Bock. Bin ultra-hype mit meinem Progress. Ich glaube die nächsten Tage, ein paar haben wir noch, eine Woche circa. Werden auf jeden Fall noch ein oder zwei andere Flips ausprobiert. Flatspin und Frontflip sehr gerne. Und ja, mal schauen wie das weitergeht. Aber ich bin so hyped auf Progress und auf Spaß auf Skiern. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute ist dann aber auch mal gut. Tschökes Feierabend Anfang und Philipp Gatzra auf YouTube folgen. Komplett geiler Ski- und Mountainbike-Content. Ja, würde ich mal ja sagen. Okay, bevor das Ding aus ist, noch kurz gerne Abo dalassen, hier weg liken, das Ding, weil es kommen noch andere geile Videos hier aus dem Urlaub. Heuer gerade gesagt, in 7 Minuten sind wir jetzt, ist das Ding aber wirklich auch mal aus. Tschökes. Alter, ich habe heute seit gar keinen Plan, wie ich das machen soll. Ultra-fucking-scary. Also wirklich krank-scary. Probiert jetzt einfach.